Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge 228 von Arborion. Ja, ich bin, laut Karte könnt ihr vielleicht hier sehen, ihr könnt ihr nicht sehen, aber ich bin ein Stück weiter geflogen, hab den Weg schon mal gemacht an dem Tor da vorbei und da sind wir ja mit Hyper-Rom in diesem Sektor. Hier war ein Sektor irgendwo, hier der, der dann keiner war, da, oder war ein Schrottplatz war da, ne, genau. Ich glaub da war ein Schrottplatz und ich bin dann aber schon weiter gesprungen in den nächsten Sektor. Und da haben wir das, was wir suchen. Nach dem Intro gucken wir da weiter, was es da gibt. Bis gleich. So, jetzt seht ihr hier nochmal die Karte. Also wir sind jetzt hierhin gesprungen. Hier war ja vorher so eine Verbindung von da und der zeigte nach oben und nach unten, wie die gar keine waren. Aber hier gab es tatsächlich einen Schrottplatz und naja, okay. Wir sind jetzt in diesem Sektor angekommen. Ich glaube, die beiden waren sogar vielleicht verbunden, aber wir sind in dem Sektor angekommen und wenn wir hier jetzt reinschauen, dann sehen wir, dass wir hier einen Ausrüstungs-Stock haben. Das ist doch schon mal das, was wir gesucht haben, oder? Schauen wir doch da mal rein. Ausrüstung handeln. Und wir brauchten was? Irgendwas, um Dinge abzubauen. Ja, 6 Hyper-Raum-Booster. Ne, Geschützkontrollsystem. Ne. Ach so, vielleicht hier mal gucken, ne. Top-Quad-Sprayer. Ne, der ist jetzt das auch nicht und den würden wir auch noch nicht kaufen. Also es ging mir darum, dass wir jetzt hier... Ah, warte mal, der muss ja nur aus dem Teil gebaut sein, dass wir was abbauen können, ne. Nobel aufbereitender Ausgräber, unbewaffnet, Raffination, Bergleute. Der ist es, den brauchen wir. Und so ein bisschen Geld haben wir. Den können wir jetzt abkaufen. Du musst an der... Ah, ja. Okay, wir fliegen erst zur Station, damit das klappt, ne. Macht Sinn. Wo ist die Station? Da. Dann docken wir da an, kaufen diesen Orgonit. Dann können wir nämlich alle Materialien auch abbauen mit, glaube ich. Auch Arborion, weil das ja nur eine Stufe höher wäre. Aber das brauchen wir ja zum Abbauen auf jeden Fall. Sonst kommen wir nicht an das Material dran, ne. Bisschen abbremsen, dabei näher kommen, ist ja auch ganz cool, ne. So, da sind wir schon gedockt. Ausrüstung. 13 Minuten haben wir noch Zeit, zum Glück. Gehen hier hin. Der Top Sprayer, den können wir nicht kaufen. Hier für Bolter ist eine Waffe. Das ist auch eine Waffe. Da sind die Bergleute. Und das sind sogar zwei, dann kaufen wir auch gleich beide. Ist zwar eine Million jetzt fast gewesen, ne. Ne, mehr wie eine Million, oder? Und damit können wir weiteres Material auf jeden Fall abbauen. Und dann kommen wir an Geld. Ist das hier für einer? Doppelgreifer, unbewaffnet, Ingenieure. Ja, die anderen sind natürlich auch ganz cool hier, die Waffen, ne. Aber 1,4 Millionen, doch, könnte man kaufen, ne. Vielleicht brauchen wir das mal. Ich kauf den mal lieber. Der Thomas Stehler, der wird jetzt schon wieder fluchen, sozusagen. Viel zu viel gekauft. Nein, hab ich nicht. Oder? Ressourcendepot war das nächste, um dann Ressourcen auch verkaufen zu können. Damit, gucken wir doch mal, das hatten wir hier auch. Ne, Reparatur-Doc war es. Ich dachte, ein Ressourcendepot wäre es gewesen, aber ein Reparatur-Doc ist es. Okay, das soll jetzt nicht so schlimm sein. Lass uns nochmal in die Karte gucken. Der nächste Punkt wäre hier. Hier ist aber ein Ressourcendepot. Dann fliegen wir das mal an. Und werden da schauen, dass wir da noch was hinkriegen. Lassen wir noch ein bisschen was verkaufen. Obwohl ich da verkaufte, haben wir schon woanders letztens, oder? Aber einen Schiffswerf brauchen wir dann noch, um ein Schiff zu bauen, oder? Ja, weil Generatoren und so kann man ja nur in der Schiffswerf bauen, oder in der Nähe. Fliegen wir da erstmal hin und gucken da nochmal gerade rein. Das ist zum Glück nicht so weit weg. Fliegen wir da mal vorbei gerade. So, Docking-Ports sind schon da. Dann brauchen wir nur noch gleich ein bisschen näher wegen Docken. Und da sind wir schon gedockt. Ressourcenhandel und Verkaufen. Und 6,7 ist zum Beispiel auch ein guter Wert, glaube ich. Da können wir aber nicht ganz so viele Titanen. Dann hätten wir jetzt noch die Möglichkeit zu verkaufen. Da kommen wir an Geld und auf jeden Fall noch nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen Taschengeld wieder dabei. Das ist schon mal gut. Okay, dann war das erledigt. Jetzt müssten wir dann weiter gucken, dass wir einmal unsere Waffen noch irgendwo auch entbauen können. Beziehungsweise, ja, Waffe auch. Aber vor allem, dass wir ein Bergbauschiff haben, was dann uns das passende Material jetzt hier abbaut. Ja, es wäre jetzt sinnig, Dinge zu finden. Okay, mit denen ist die Beziehung schlecht. Ich springe mal einfach hier zu dem gelben Blips und hoffe, dass wir da noch eine Station finden oder sowas. Ein bisschen wenig Karte ist da ja da, ne. Mal gucken, was wir da vorfinden. Wahrscheinlich sitzen da nur Piraten oder so. Das ist meistens in dem Zentrum bis jetzt so gewesen, glaube ich. So, da sind wir. Wir sind hier alleine. Wahrscheinlich gibt es hier dann Asteroiden oder sowas. Oder irgendein Teil, ne. Ja, von den Asteroiden sehe ich jetzt aber nichts so aufregendes. Wahrscheinlich wird irgendwo, das ist vom Hintergrundbild, glaube ich, eine Marke, ne. Ja, irgendwo ist hier so ein Container vielleicht auch drinnen versteckt. Oder ist das da? Ne. Okay, brauchen wir nicht weiter gucken. Da ist eine Mission, dringende Lieferung für unbekannten Auftraggeber. Wir fliegen da mal hin, vielleicht sind da ja auch andere Dinge, sag schon, Stationen und sowas, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wenn es eine Station ist, dann sind da auch mehrere. Vielleicht klappt es ja dann doch mit einem Sektor, wo unsere Freunde ihr Zuhause auch haben. Vielleicht ist es auch eine Falle, kann auch sein. Wenn es eine Falle wäre, wäre doof, weil ich dann, äh, ja, hier ist aber nix. Tolle Mission, oder? Wenn hier doch niemand ist, dann kann ich hier auch niemandem Bescheid sagen, oder? Ist wohl abgelaufen, oder? Muss man da hin liefern? Das könnte auch sein, aber glaube ich jetzt nicht. Ich nehme mal hier den nächsten, oder? Ah, der nächste wäre ja sogar hier. Ist das der östlichste von hier aus? Ja. Springen wir mal da hin und gucken, was da los ist. Die Mission ist gescheitert. Aber die haben wir auch gar nicht angenommen. Laden wir den Hyperraum auf und springen einen Sektor weiter und hoffen, dass wir da wieder Verbindungen zu Systemen, Stationen oder Schiffen haben. Okay, hier sind es Xotan und das sieht nach einem Kampf aus, oder? Groß Xotan-Fregatte, Schiffe. Was ist das hier? Schrott? Ja, lauter Wracks. Hier hat es einen großen Kampf vielleicht gegeben. Gut, das hilft uns jetzt hier nicht weiter. Auf in die nächste Koordinate. Einmal Schiff drehen, bis die Route berechnet ist und dann den Hyperraumantrieb anschmeißen. Ist berechnet und wir fliegen da hin. Schiff drehen, bis die Route berechnet ist und dann die Route berechnet ist und dann die Route berechnet ist und dann die Route berechnet ist. Dann sind wir da und jetzt haben wir mal einen Sektor, wo es auch was gibt. Das ist schon mal gut, aber so wie es aussieht, keine Tore. Schiffswerft, Außenposten des Widerstands, okay. Schiffswerft da voraus. Aber ganz viele Asteroiden hier, ne? Das passende Material haben wir auch hier. Was ist das da? Kreuzer, okay. Gedockt bin ich nicht, A jetzt. So, F. Schiff bauen. Schiff und Besatzung ist richtig. Soll ein Träger sein? Nein, soll ein Werkbauschiff sein. Ein Seedbräu nicht. Kann ich jetzt das bauen? Ich habe kein Tränium, super. Das hat gut geklappt. Das hat gut geklappt. Das heißt, ich kann hier nichts bauen. Es gibt aber genug Dings hier. Vielleicht gibt es hier auch Tränium. Da ist... Da ist Tränium. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob unser Schifflein auch die passenden Waffen hier drin hat. Zerleger. Abwracker. Geschützturm. Warte, hier ist eine 3. Hier ist... Zwei Bergbauleute. Okay, das heißt, wir müssen 1 ausschalten und 3 ausschalten und dann haben wir den Bergbauer. Da müssen wir wahrscheinlich näher ran an das Tränium, damit wir das abbauen können, oder? Zu weit weg. Zu weit weg. Den, den wir da haben, der baut irgendwas anderes ab. Super, oder? Nicht schlimm. Weil wir können ja das Neue einsetzen, ne? Ne, das müssen wir hier nicht machen, das müssen wir hier machen. Aufbereitender Ausgräber. Aber der kann jetzt hier nicht hingebaut werden, weil das Material falsch ist. Kann das sein? Der muss bestimmt auf Orgonit sitzen. Kann das sein? Ja, das funktioniert schon wieder mal nicht so. Das bedeutet, ich hätte jetzt vielleicht beim Ressourcendepot eben was kaufen müssen. Ja, das bedeutet, wir können erstmal zum Ressourcendepot und kaufen uns dann ein bisschen Orgonit, damit wir dann, ne? Das hinkriegen wir hier das Ressourcendepot. Ne, da waren nur Astroiden. Dann sind wir von da gekommen. Tatsächlich. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Halt. Fliegen dazwischen her. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Okay. Machen wir einen Zwischenhalt und gucken, dass wir da hinkommen. Blöd ist das jetzt gelaufen. Ich werde dann Orgonit einkaufen auf jeden Fall. Werde dann zurückfliegen und vielleicht kann ich da vorne auch schon was aufmachen. Werde auf jeden Fall dahin nochmal und dann schauen, dass ich da beim Ausrüsten, ne, bei der Schiffswerft dann das passende Schiff bauere. Gucken, wie weit ich das schon im Voraus zwischendurch mache und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wird mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.